Bist du gestresst? Ja, andauernd. Aber musst du in deinem Job auch leistungsfähig sein? Keine Ahnung, bei dir jetzt nicht. Worauf ich hinaus will, ist, dass ihr manchmal gestresst sein müsst, um eure Bestleistung zu erfüllen. Denn wenn wir total relaxed sind und einfach nur zu Hause sind und total ruhig und entspannt sind, dann performen wir einfach nicht so gut, wie wenn wir leicht gestresst sind. Ja, wenn wir zu viel gestresst sind, dann wird es wieder schlechter. Ich blende euch das mal ein. Dann geht die Kurve so ein bisschen wieder runter. Aber wenn wir so ein bisschen gestresst sind und vielleicht wisst ihr genau, wann ihr am besten performt, auf welchem Stresslevel, dann performen wir einfach viel, viel besser, als wenn wir einfach nur entspannt sind.